Wir haben eine Tanzbeteiligung erreicht von 1,3 Minuten Prozent. Das ist mehr als wir erwartet hätten, so mehr wir gerade erst angefangen haben. Wollen wir jetzt noch mal einen Hintergrund, warum wir hier sind. Wir möchten nämlich heute mit euch Geschichte nochmal erleben. Es gab ein legendäres Konzert in Berlin. Und zwar von Bill Haley und seinen Comets. Und das Markante war nicht nur die Musik, sondern auch die Veränderung der Bestuhlung im Ende des Konzertes. Wir wollen jetzt ein Teil davon tun. Wir wollen den Song spielen, mit dem alles losging, 1954 in New York City im Studio eingespielt. Eroberte dieser Song die Welt und machte die Türen auf den Erfolgssuch des Rock'n'Roll. Den Hände eines Gammels, Rock'n'Roll, 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 Rock'n'Roll.